Dein Weihnachtsfest mit Lolita Röhle Diese Meditation ist so aufgebaut, dass ich an Dich einige Fragen stellen werde und Du diese für Dich im Geist beantworten darfst. Nimm Dir bewusst die Zeit und lass Dich darauf ein. Du wirst nach dieser Meditation Dein Weihnachten für Dich vielleicht ein wenig anders anschauen. Wir fangen an. Setze Dich in eine entspannte Sitzposition. Deine Schultern gehen locker und entspannt nach hinten und nach unten. Lege Deine Hände auf Deine Oberschenkel auf und schließe Deine Augen. Atme tief ein und aus. Ein und aus. Und nimm wahr, wie Du mit jedem Atemzug immer ruhiger wirst. Mit jeder Einatmung kommst Du immer mehr bei Dir an und mit jeder Ausatmung lass alles los, was Du jetzt nicht brauchst. Atme ein und aus. Atme ein und aus. Ein und aus. Und dann stelle Dir vor, wir haben Dezember. Das Jahr ist so gut wie vorbei. Viel ist in diesem Jahr passiert. Wenn Du zurückschaust. Was hast Du alles dieses Jahr erlebt? Nimm Dir die Zeit dafür und fühl Dich darin ein, was hast Du dieses Jahr alles erlebt. Nimm Dir die Zeit. Nimm Dir die Zeit. Nimm Dir die Zeit. Nimm Dir die Zeitlos misfle. Nimm Dir die Zeit vor, CONSPIEN. Nimm Dir die Zeitが fürn Geschichte. Nimm Dir die Zeitlos dedim. Nimm Dir die Zeit, nur um Tchweland zu spätieren. Nimm Dir die Zeit. Und jetzt ist die Zeit der Weihnachtsvorbereitungen. Einiges hast du schon erledigt und einiges steht noch an. Du möchtest mit deiner Familie eine schöne Weihnachtszeit verbringen. Und es soll ein schönes Fest werden. Jeder in der Familie soll sich wohlfühlen. Einerseits soll alles harmonisch und entspannt ablaufen. Und andererseits soll alles perfekt sein. Spüre in dich hinein und sei mal ganz ehrlich zu dir. Stellst du an Weihnachten hohe Erwartungen an dich oder an andere? Was soll alles für dich an Weihnachten vorhanden sein? Amen. 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 Wie sieht es dieses Jahr für dich aus? Bist du dieses Jahr der Gastgeber und stellst hohe Erwartungen an dich selbst? Bist du ein Besucher oder bist du über Weihnachten allein? In welcher Rolle bist du dieses Jahr? Und wie möchtest du dieses Jahr dein Weihnachten verbringen? Welche Erwartungen stellst du an dieses Weihnachtsfest? Und wie möchtest du das? Und was möchtest du dieses Jahr anders machen als sonst? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Weihnachten ist die Zeit der Geschenke. Viele Menschen kaufen große, teure Geschenke für ihre Liebsten, besonders für ihre Kinder. Aber es gibt auch Menschen, die schenken sich zu Weihnachten Dinge, die nichts kosten. Sie schenken sich zum Beispiel Dankbarkeit. Wofür bist du dieses Weihnachten besonders dankbar? Welche Dinge fallen dir hierzu ein? Sage ich bin dankbar für und sprich es im Geist für dich aus. Ich bin dankbar für dich aus. Ich bin dankbar für dich aus. Sie schenken sich einander Zeit. Wie könnte dieses Weihnachten für dich aussehen? Wem möchtest du gemeinsame Zeit schenken? Ich bin dankbar für dich aus. Ich bin dankbar für dich aus. Sie schenken sich Gemeinsamkeit. Wie könnte diese Gemeinsamkeit für dich dieses Weihnachten aussehen? Ich bin dankbar für dich aus. Ich bin dankbar für dich aus. Sie schenken sich Rituale. Sie schenken sich Rituale. Welche Rituale gibt es in deiner Familie zu Weihnachten, die dich jedes Jahr erfreuen? Ich bin dankbar für dich aus. Ich bin dankbar für dich aus. Ich bin dankbar für dich aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie schenken sich Freude. Anderen Menschen eine Freude zu machen, ist etwas Wundervolles. Welche Freuden kannst du dieses Jahr deinen Liebsten bereiten, ohne dass sie dir Geld kosten? Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 All die Gedanken, die dir jetzt gekommen sind, sollen dieses Jahr zu Weihnachten dein Begleiter sein. Schließe diese Gedanken in dein Herz ein und lass sie dich in deinen Weihnachtstagen begleiten. Und dann komm jetzt langsam aus dieser Meditation wieder heraus. Bewege deine Arme und Beine. Mach wieder tiefere Atemzüge. Bewege deinen Körper, so wie du es gerade magst. Strecke dich, gebe die Arme weit nach oben und die Füße weit nach unten. Mach dich nochmal richtig schön lang. Und dann atme aus. Bewege deine Arme. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020